Na alle zusammen, hier ist wieder heutzutage und heute bin ich wieder für euch in Battlefield 1 unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute das neue Pet Battle Dungeon aus Patch 8.3 zeigen. Das sind die Schwarzfest-Tiefen und ich befinde mich hier schon vor dem Anmelder. Und wie wir da hinkommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes müsst ihr als Hordler beim Pet Battle Laden in Zandala bzw. in Dazar Alor hier unten oder als Allianzler in Boralus beim Pet Battle Laden eine Quest annehmen und dieser Laden befindet sich als Allianzler hier. Diese Quest schickt euch einmal hier in den Schwarzfels. Und zwar könnt ihr diesen betreten einmal von der sengenden Schlucht, einmal hier unten in den Schwarzfels oder von der brennenden Steppe aus. Und wenn ihr hier drin seid, müsst ihr einmal reinfliegen runter zur Lava. Hier haben wir dann nämlich den Eingang zum geschmolzenen Kern. Und da geht ihr nicht rein, sondern ihr lauft hier einmal durch bis hier kurz vorm Eingang zur Schwarzfest-Tiefen. Und da steht quasi dann der NPC. Ihr seht, hier sind die Schwarzfest-Tiefen, da kommt er her und hier steht der NPC. Und da könnt ihr die Quest abgeben, müsst dann einmal die Instanz im Normal-Mode spielen. Und wenn ihr das getan habt, seid ihr auf den Stand wie ich. Und zwar könnt ihr dann die heroische Version spielen. Und bei der heroischen Version bekommt ihr dann eine Marke, und zwar Schattenhafter Edelstein. Und ja, die könnt ihr einmal pro Woche abschließen, diese heroische Version. Und dann können wir uns schicke Pets von kaufen. Was für Pets gibt es? Einmal Winzklaue, das ist dieser schicke Mechabär. Dann gibt es Klagen der Peitscher, das ist diese mehr oder minder schöne Pflanze, die so ein bisschen bräunlich gehalten ist. Und dann das Experiment 13. Das ist quasi eine Mechakatze mit Geschützen obendrauf. Und als letztes haben wir nochmal eine Kiste, wo alle möglichen Pet-Battle-Items drin sein können. So, ich würde sagen, soweit zum Vorgeplänkel. Dann gucken wir uns das Dungeon an. Hier können wir uns anmelden. Und wichtig ist, vorher alle Pets heilen, falls irgendwas schiefgegangen ist im NHC und eure Pets beschadet wurden. Wir werden einmal reingeportet, sind dann in Phase 1, können nicht nach links und rechts gehen, können nur quasi geradeaus moving. Und dann kommen wir hier in die Arena. Und ich werde euch die Voice-Lines immer dann noch drin lassen, hier, dass ihr die Story so ein bisschen mitkriegt. Hier haben wir jetzt ein paar Gegner. Unser Held ist da. Ich sagte doch, dass ich eure nächsten vier Züge berechnet habe. Wir alle haben euch erwartet. Wie ich sehe, habt ihr endlich beschlossen, unseren Stützpunkt zu besuchen. Leider seid ihr viel zu spät. Mein Elite-Team hat alles Nötige gesammelt, um eine unvorstellbare Waffe zu konstruieren. Horu, begrüßt unseren Gast. Wie ich schon in den Höhen des Wehklagens sagte, ich bin kein großer Kämpfer. Aber ich bin der beste Tierausbilder in Azeroth. Wär's wohl auf die schwarze Klaue und den Jagdrupp gekommen. Ha, ich. Gute Kombi, muss man ihm lassen. So, wir haben jetzt den ersten Gegner. Wir sind in Phase 2 und zwar Horu ist das. Und ich habe mir hier im Rematch schon mal ein paar Teams vorgespeichert. Und jetzt kann ich ihn anvisieren, einfach hier auf Laden drücken und dementsprechend habe ich die Pets drin. Was für Pets haben wir hier? Die makabere Marionette habe ich drin. Dann das zweite Pad haben wir, die winzige wandelnde Bombe und den Dunkelmondpanzer. Und jetzt kann ich euch gleich mal was zeigen. Ich habe die meisten Teams hier von der Seite. Die schimpft sich www.petguides.com. Da können wir hier oben auf Instanzen gehen. Blackrock-Tiefen. Und dann haben wir hier die ganzen Meister und auch den Horu. Und da könnt ihr euch quasi auch die Kombis einmal raussuchen. Da wird dann unten auch erklärt, was ihr wann machen müsst. Wichtig wird das, ich kann euch heute nicht alle einzelnen Kämpfe zeigen. Denn es ist hier so, dass einige Phasen auch so sind, dass einer von drei, zum Beispiel in der dritten Phase kommt einer von drei NPCs, gegen die wir kämpfen können. Und in Phase 5 kommen zwei von sechs Stück. Heißt, es ist ein bisschen random, was für Bosse manchmal kommen. Deswegen, die Seite werde ich euch hier unten einmal verlinken. Da könnt ihr dann die anderen Kombis nachschauen, die wir vielleicht eventuell dann noch offen haben. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter, was wir hier insgesamt brauchen. Und zwar haben wir hier einmal die makabere Marionette. Hier brauchen wir die erste Fähigkeit. Dann brauchen wir hier die erste und auch die erste. Hier brauchen wir die zweite, die erste und die zweite Fähigkeit. Und hier haben wir einmal die erste, äh, ne, hier haben wir einmal die erste, die erste und die zweite Fähigkeit. Dann können wir durchstarten gegen den Meister. Und zwar machen wir als allererstes Totentanz. Das ist die erste Fähigkeit. Und das ist quasi so eine Art, ja, so eine Art Schar. Beziehungsweise ist halt eine Fähigkeit, wo wir drei Runden line casten. Und der Gegner kriegt hier schon schön Diva, 100% mehr Schaden. Das wird dann gleich noch relevant, denn wir wollen natürlich hier mit makabere Maracas einmal ordentlich Damage austeilen. Und ihr seht hier mit dem grünen Pfeil, das ist eine Fähigkeit, die gut gegen ihn ist. Und, äh, ich hab gekrittet, hab ihn gleich weggeschossen. Es kann sein, wenn ihr nicht krittet, dann müsst ihr halt das zweimal einsetzen. Bleibt aber beim selben Ergebnis. Und ja, sobald dann das erste, äh, Pad vom Gegner down ist, machen wir da ganz normal den Totentanz. Damit, ähm, hauen wir ihm quasi wieder den Debuff drauf. Seht ihr hier, er hat uns zwar die schwarze Klaue draufgehauen, ist jetzt aber nicht, nicht weiter wild. Wir sind eh undead und können dann eine Runde quasi, nachdem wir gestorben sind, noch weiter unsere Fähigkeiten drücken. Deswegen ist das hier ganz praktisch. So, wir können jetzt hier nochmal die makaberen Maracas zünden. Wenn ihr das nicht könnt, weil euer Pad eine Runde vorher stirbt, alles kein Problem. Den Kampf gewinnen wir trotzdem easy. Wir holen den winzigen wandelnden, oder die winzige wandelnde Bombe rein. Hier drücken wir dann einmal verbeulen. Wenn wir das gemacht haben, können wir nochmal verbeulen drücken. Ach, er hat ein Leben noch über. Das ist jetzt bitter. Drücken wir es halt noch ein drittes Mal. Ja, jetzt hat man ein bisschen Pech tatsächlich. Dann kommt das nächste Pad rein. Hier drücken wir noch einmal verbeulen. Und noch einmal verbeulen. Jetzt können wir dann einmal hier die Explosion drücken. Zack, ihr seht, er ist fast down damit. Und jetzt als letztes haben wir einfach die Ionenkalone noch durch. Letzte Fähigkeit, hier die dritte. Und die müsste ihn dann relativ easy töten. Und damit haben wir auch schon die erste Runde, beziehungsweise die Stage 2 gewonnen. Ich sag's euch doch, ihr sollt meinem süßen Tauren kein Haar krümmen. Horu, alles in Ordnung? Ja, aber dieses Ergebnis hätte es nicht geben dürfen. Diese Strategie gewinnt immer. Hm, ich bin ratlos. Euer Sieg ist nicht überraschend. Wir alle wussten, dass ein starker Wind Horu umpusten könnte. Vielleicht habt ihr hiermit mehr Arbeit. So, dann haben wir hier die, also das zweite gegnerische Pet gegen uns. Und da können drei verschiedene kommen. Einmal Litz kann kommen, einmal Ralf und dann einmal Rumpage im Englischen oder Randale im Deutschen. Und ja, jetzt müssen wir quasi ein geeignetes Team gegen ihn hier finden. Und ja, da hab ich jetzt im Test, in der Testversion hier Dings gehabt, Randale. Deswegen müssen wir uns jetzt so ein Pet-Team basteln. Und dazu ziehen wir jetzt mal Knochi raus. Knochi ist das erste, was wir brauchen. Dann können wir uns als zweites dann noch das Ankoan-Hühnchen rausziehen. Und das letzte, was wir nehmen, ist Menagerie. Wächter brauchen wir. Den haben wir hier. Und da von den Fähigkeiten haben wir quasi 1, 1, 1. Dann haben wir hier 1, 1, 2. Und dann haben wir hier 1, 1, 2. Und jetzt können wir den mal ins Target nehmen. Dann kann ich euch zeigen, wie man das einspeichert. Ich hoffe, das bugt jetzt nicht. Speichern. Ziel. Litz. Ich hab hier eine Schwarzfestgruppe gemacht. Den können wir einmal einspeichern. Dann ist er hier drin. Und wenn wir quasi dann ihn ins Target nehmen, kann man einfach hier auf Laden gehen. Und dann kommt dementsprechend das richtige Team. Beziehungsweise nein, hier, den müssen wir natürlich laden. Litz. Und ja, dann würde ich sagen, kämpfen wir mal. Als allererstes machen wir hier klirrende Kälte. Die buffen wir ihn ein bisschen. Dann als nächstes können wir einmal klein, hier die erste Fähigkeit machen, klein hacken. Also hier übrigens das Addon ist Rematch, falls ich das vergessen habe zu sagen. Und ja, damit kann man einiges einstellen. Muss natürlich nicht damit spielen, aber man kann sich halt die Teams speichern und sie wieder laden. Ist eine schöne Geschichte. So, wir wechseln jetzt das Pad und zwar zum Hühnchen. Akona, Hühnchen heißt das. Und hier drücken wir jetzt einfach die Schar. Jetzt muss man mal gucken. Der wird uns wahrscheinlich bald töten. Ne, bis jetzt sieht es gut aus. Dann drücken wir einmal das Picken, falls wir jetzt nicht sterben. Also nach der Schar. Wahrscheinlich sterben wir vorher schon. Okay, der ist vorher schon abgeraucht. Wenn das Hühnchen früh stirbt, dann können wir mit dem Manageriewächter einfach die Ionenkanone ziehen und das auch feiern. Okay, jetzt kommen wir gegen den nächsten Meister. Der ist nicht random. Übrigens so eine kleine Randinformation. Die drei, die jetzt hier vorhin gekommen können, also Litz, Ralf und Rumpage, können wir alle mit der Kombi besiegen. Also da müsst ihr euch keine anderen Pads noch besorgen. Wir können ihn jetzt wieder ins Target nehmen. Laden die Pads. Gefräßiger Stolzling mit den Fähigkeiten 1, 2 und 2. Die singende Sonnenblume mit 2, 1 und 2. Und dann die elfische Kaninchen mit 2, 2 und 2. Und damit können wir auch den Kampf einmal starten. Und als allererstes machen wir Störung hier. Dann machen wir als nächstes Anheizen. Dann können wir nochmal Anheizen drücken. Dann drücken wir nochmal Anheizen. Und jetzt zu guter Letzt machen wir dann Lebenstausch. Zack, wir haben immer das Leben getauscht. Und jetzt drücken wir nochmal Anheizen. Solange müssen wir quasi sterben. Und nochmal Anheizen. Und dann geht er hier auch schon down. Rätzt sich aber selber gleich nochmal. Und jetzt können wir nochmal Anheizen drücken. Falls wir ausweichen, aber wir werden jetzt wahrscheinlich sterben. Zack, da sind wir down. Und jetzt nehmen wir die singende Sonnenblume. Und bei der singenden Sonnenblume starten wir einfach ganz easy hier mit dem Sonnenlicht. Damit bewirken wir einfach, dass jetzt das Wetter scheint. Wir mehr Live haben. Und dann drücken wir die Photosynthese. Damit heilen wir uns. Und die Heileffekte werden auch noch verstärkt. Das ist ganz wichtig. Die wird sich nämlich jetzt quasi im Hintergrund die ganze Zeit weiter hochziehen. Als nächstes drücken wir dann Sonnenstrahl. Wir sind jetzt hier weiter gestunt, weil wir den Sonnenstrahl gedrückt haben. Haben die Heilung noch drauf. Und jetzt versuchen wir nochmal den Sonnenstrahl zu drücken. Beziehungsweise wir werden jetzt einmal eingewechselt. Alles kein Stress an der Stelle. Und jetzt ist es so, dass wir als allererstes Ausweichen aktivieren. Nach dem Ausweichen machen wir die Stampede an. Ihr seht, wir heilen uns hier im Hintergrund die ganze Zeit. Mit der Stampede ziehen wir jetzt einfach so lange durch, bis wir quasi wieder ausgewechselt werden. Und dann drücken wir nochmal die Stampede. Damit geht dann unser Kaninchen leider down. Und jetzt drücken wir als allererstes das Sonnenlicht. Und als nächstes dann nochmal den Sonnenstrahl. Damit retzt er sich einmal noch. Und stirbt dann aber trotzdem. Und wir haben den Fight gewonnen. So, dann haben wir jetzt zwei Random Pets. Und wir haben hier einmal Splint. Und was haben wir noch? Wir machen als erstes einmal den Splint. Den habe ich mir nämlich schon eingespeichert. Und da haben wir einmal die ungeborene Walküre als allererstes. Dann infiziertes Eichhörnchen. Und als letztes haben wir dann noch hier entwaffnete mechanische irgendwas. Das ist aber relativ wurscht. Da kann man irgendein Haustier nehmen. Ich habe jetzt einfach mal das mit reingenommen. Wichtig ist hier, dass wir hier die zwei haben. Dann hier die zwei und da die eins. Dann haben wir hier die zwei, die zwei und die zwei. Und wie gesagt, da könnt ihr irgendein Pad reinnehmen. Ich habe jetzt einfach mal dieses mechanische Eichhörnchen genommen. So, wir beginnen den Kampf. Als allererstes passen wir einmal tatsächlich. Dann machen wir als nächstes den Fluch der Verdammnis drauf. Dann machen wir die Heimsuchung. Nachdem wir die Heimsuchung durch haben, nehmen wir das infizierte Eichhörnchen mit rein. Hier können wir jetzt einmal diese Pilze aktivieren. Schleichender Pilz heißt das Ganze. Und als nächstes machen wir dann die Stampede an. Und jetzt seht ihr, Stampede macht zwar an sich nicht viel Schaden, aber die ganzen Dot-Ticks werden ihn jetzt tot ticken. Und das war es eigentlich schon. Wir warten jetzt halt bloß noch die Stampede ab, beziehungsweise bis die Dots zuschlagen. Mob ist tot, Feierabend an der Geschichte. So, als nächstes haben wir dann Wilbur. Und ich glaube, den habe ich mir tatsächlich noch nicht eingespeichert. Ja, den habe ich mir noch nicht eingespeichert. Da müssen wir jetzt mal die Pads rausziehen. Und zwar Knöchelreißer der Zandalari brauchen wir. Dann brauchen wir den Wadenbeißer der Zandalari. Und als nächstes noch irgendein Mechapad. Dann können wir das gleich drin lassen. 2, 2, 2, 2, 2, 2. So, speichern. Wilbur. Perfekt. Ihr habt das gesehen. Jetzt habe ich mir den auch noch eingespeichert. Jetzt ist der hier unten drin. Und kann ich quasi dann jedes Mal laden. Wenn jetzt immer mehr Mobs, weil es ja wie gesagt random ist, in der fünften Stage zwei von insgesamt sechs verschiedenen Mobs können da kommen. Was machen wir gegen Wilbur? Wir hauen als erstes die schwarze Klaue einmal raus. Botten ihn. Und ihr kennt das Spiel, wenn ihr ein bisschen Pet Battle schon gemacht habt. Das Jagdrudel drauf. Und quasi hauen wir ihm damit das Life runter. Zack, Nummer 1. Das geht jetzt insgesamt, ich glaube drei Runden müssten es jetzt hier sein. Ne, zwei Runden macht er das genau. Es hat vier Runden, aber abklingt Zeit. Seht, jetzt ist er schon relativ low. Dann machen wir Urschrei drauf. Und dann können wir jetzt nochmal die Kralle uns draufhauen. Zack, müssten wir down gehen. Genau, da gehen wir down. Alles kein Stress. Holen unser zweites Zanelare-Junges rein, den Wadenbeißer. Und dann machen wir nochmal Jagdrudel. Er hat sich jetzt ein bisschen geheilt, aber es ist nicht schlimm. In der nächsten Phase hauen wir ihn weg. Genau, zack. Und dann ist er down. Und damit war es das auch schon. Und wir kommen in die sechste Phase. Dann tun wir jetzt hier für Alran das Teamladen. Und zwar haben wir den Lavakäfer, Wadenbeißer der Zanelare und den Dreispitz. Und hier ist es so, dass wir beim Lavakäfer die 1, hier nehmen wir die 2 und da nehmen wir auch die 2 rein. Hier nehmen wir die 2, die 2, die 2. Und hier nehmen wir die 1, die 2, die 2. Und mein Wadenbeißer ist jetzt schon ein bisschen beschädigt. Ich könnte jetzt auch ein anderes Pad reinnehmen. Zandalari. Und zwar gehen da auch viele andere von denen. Also da könnt ihr auch gucken. Ihr könnt dann auch den Fußreißer reinnehmen. Er muss halt bloß die gleichen Fähigkeiten quasi haben wie der Wadenbeißer. Bleibt sich jetzt aber gleich. Wir bleiben jetzt einfach bei dem. Der hat jetzt 5% schon verloren. Wir müssen trotzdem gewinnen. Gut. Dann können wir einmal durchstarten. Das hier ist einer der schwierigen Kämpfe. Der kann auch ein bisschen schief gehen. Je nachdem, wie es am Ende aussieht mit den Prozenten von den Pads. Als allererstes hauen wir hier die Apokalypse drauf. Und sobald wir das gemacht haben, wechseln wir zu Dreispitz. Das ist nämlich unsere Ratte hier. Und bei der Ratte machen wir als erstes Aufspüren. Damit können wir nämlich ein Objekt entfernen. Und dann hauen wir hier Giftzahn drauf. Und jetzt nach Giftzahn wechseln wir sofort zu unserem Wadenbeißer der Zandalari. Und da machen wir einmal die schwarze Klaue drauf. Dann machen wir das Jagdhudel. Das ziehen wir jetzt einfach so lang durch, bis der Anubis down ist. Jetzt können wir einmal Blutbiss machen. Heilen wir uns noch ein bisschen. So, soweit so gut. Wir wechseln jetzt einmal zu Dreispitz. Da hauen wir dann einmal den Giftzahn drauf. Dann hauen wir Aufspüren drauf. Dann kommt das nächste Pad quasi hier rein. Dann können wir quasi einmal den Giftzahn machen. Wir werden jetzt eh gleich sterben. Wir können auch passen. Wir können jetzt aber auch Kratzen machen. Jetzt sterben wir. Der muss nämlich durch unsere Apokalypse einfach verrecken. Hier holen wir jetzt den Lava-Käfer rein. Als allererstes drücken wir dann Kautarisieren. Er haut uns nämlich jetzt ein bisschen runter. Wir drücken Kautarisieren. Sind wieder voll. Alles easy. Dann können wir jetzt Brand machen oder passen. Bleibt sich vollkommen gleich. Er haut nochmal ein bisschen auf uns drauf. Zack. Er kriegt die Flamme ab. Und dann kommt die Apokalypse. Alles easy. Jetzt ist es so, dass wenn der Zandalari-Dud noch quasi am Leben ist, dann holen wir den jetzt rein. Wenn er tot ist, auch nicht schlimm. Dann müssen wir halt mit dem Käfer alleine durchziehen. So. Zandalari jungt hier rein. Schwarze Klaue drauf. Dann machen wir das Jagdrudel als nächstes. Jetzt kriegt er den D-Waff drauf. Und dadurch verreckt er. Wenn das jetzt schon tot ist, dann könnt ihr auch mit dem Lava-Käfer abwechselnd healen und Damage machen mit 1 und 2. Und dann gewinnt ihr eigentlich auch. Jetzt ist mal ein anderer dran. Ich mach Pause. Hör auf mich zu bekatschen. Schauen wir mal, ob sie rächen wird. Dann können wir hier wieder die Teams laden für Zuna. Und da brauchen wir Gasroki. Das ist hier diese Hydra. Da haben wir 1, 2, 2. Dann haben wir flüchtige Gleiter. Da haben wir hier die 2, die 2 und die 1. Und dann haben wir den Knöchelreißer, der Zandalari. Da haben wir die 1, die 2 und die 2. Und dann würde ich sagen, schießen wir gleich mal los in den Kampf. Als allererstes drücken wir den Geysir. Und das wird eine lustige Sache. Ich sag's euch. Geysir kommt drauf. Der ist nämlich ziemlich krass und heilt sich die ganze Zeit. Und das wollen wir nämlich umgehen. Dann switchen wir zu unserem flüchtigen Gleiter. Seht ihr? Erster Dortheimer drauf. Dann machen wir den Strudel. Zack, Strudel kommt drauf. Und als nächstes drücken wir dann die Stampede. Er hättet uns jetzt noch mal noch nicht so schlimm. Zack, das Ding geht einmal in die Luft. Jetzt switcht er mit dem nächsten rein. Die Stampede geht noch mal weiter. Und jetzt geht dann gleich unser nächster... Ähm, ja. Unser nächster Dibuff hoch. Und jetzt können wir dann noch mal den Wasser-Chat einmal drücken. Zack, damit können wir den einmal töten. Ähm, dann drücken wir jetzt noch mal die Stampede hier. Geben ihm noch mal den Dibuff. Bis wir quasi, ähm, verrecken. Und das müsste jetzt in der Phase einmal der Fall sein. Dann nehmen wir nämlich hier die Hydra rein. Garz Rucki. Und jetzt drücken wir hier das komplette Verschlucken. Denn er hat nämlich noch den Dibuff. Kriegt relativ viel Schaden dadurch. Wir kriegen ein bisschen was ab. Alles nicht so wild. Das drücken wir jetzt noch mal. Damit ist er einmal down an der Stelle. Dann hauen wir den Geysir rein. Und jetzt haben wir den Geysir einmal drauf. Wir drücken noch mal das komplette Verschlucken. So, und jetzt wird es sehr interessant nämlich. Jetzt haben wir nämlich unser letztes Pad. Und wir müssen nämlich hier Aura von Gong aktivieren. Ganz, ganz wichtig. Und dann drücken wir das Jagdrudel. Und hier sieht es die ganze Zeit sehr, sehr knapp aus. Das werdet ihr gleich sehen. Zack, da geht er einmal hoch. Er kriegt einen Stun. Und ihr seht, wir heilen uns mit jedem Schaden immer wieder. Deswegen müssen wir die Aura von Gong auf jeden Fall draufhalten. Und ja, jetzt können wir einmal die Klaue drücken. Und nochmal die Klaue. Und damit stirbt er. Sah knapp zwischendrin aus. Hat aber alles noch gepasst. So, damit nächster Meisterdown. Ich habe jahrelang etlich trainiert und mich ans Lehrbuch gehalten. Forstruckling besteht buchstäblich aus Stein und heilt sich selbst. Mein Team sollte praktisch unzerstörbar sein. Pixi, wie viel Zeit braucht ihr denn noch? Ladung bei 63%. Genau, 63,8%. Hey Terran, das habt ihr wohl nicht berechnet. Genug gezankt. Ich verschaffe euch Zeit, Pixi. Beendet eure Arbeit. Okay, soll sie mal ein bisschen Zeit beschaffen oder verschaffen. Wir haben den nächsten Meister, Phase 8. Und zwar brauchen wir jetzt den Zitterstachelhuscher. Das ist das erste Pad mit den Fähigkeiten 1, 2 und 2. Dann haben wir den kleinen Bling mit 2, 2 und 1. Und dann haben wir den MikroBot XT oder XD besser gesagt. Und da haben wir 1, dann 2 und 2 an der Stelle. Und dann können wir loslegen. Ich habe anscheinend das sogar falsch abgespeichert. Speichern wir das gleich mal drüber. Und ja, starten wir durch. Und hoffen, dass wir das jetzt hier nicht verkacken an der Stelle. Wir brauchen als allererstes die schwarze Klaue. Danach, klar, Schwarm durchdrücken. Jetzt kriegt er nämlich einen Haufen mehr Schaden. Das müsste eigentlich das erste Pad schon so gut wie erledigen. Wir haben hier wieder einen Undead. Ganz wichtig, der hat natürlich ein paar mehr Phasen, die er überlebt. Das ist jetzt natürlich bitter gelaufen, dass er mit 2 live überlebt hat. Gut, je nachdem, was ihr hier für ein Pad habt, ob ihr eins habt, das mehr Schaden macht oder mehr Speed hat, hättet ihr wahrscheinlich eine Runde früher das zerlegt. Aber wie gesagt, hier auch bei einer schlechten Variante haben wir da überhaupt kein Problem. So, dann können wir einmal passen. Wir sind fast down, wie ihr seht. Okay, wir sind down. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir müssen jetzt einmal dann den kleinen Bling reinholen. Hier machen wir dann einmal zusätzlicher Beschlag. Dann drücken wir einmal den Goldregen. Dann machen wir die Inflation an. Er lädt sich wieder ein bisschen auf. Der Goldregen läuft durch. Im Normalfall haben wir hier die schwarze Klaue drin. Dann geht es mit dem Gegner wesentlich schneller tatsächlich. Wir hatten jetzt eine sehr unlucky Situation, dass wir vorher gestorben sind. Ja, passiert. Als nächstes können wir wieder den zusätzlichen Beschlag drücken. Und dann machen wir wieder den Goldregen an. Jetzt drücken wir quasi wieder die Inflation. Und das ist eigentlich soweit die Prio-Liste, die wir immer abarbeiten hier. Jetzt läuft die Inflation wieder ein bisschen durch. Das müsste ihn jetzt damit eigentlich töten. Er hat meinen Blinktron leider vorher umgeboxt. Kein Problem. Wir werden uns einmal hier wieder retzen. Gut, dann müssen wir noch einmal hier die Inflation casten. Er geht down und jetzt kommt hier Glitzy rein. Da kommt dann wieder die Inflation zum Zuge. Er wird uns jetzt wegblasten, beziehungsweise versucht uns wegzublasten. Inflation und jetzt sind wir endgültig down. Wir haben hier einmal noch den Debuff drauf. Jetzt können wir einmal Alarm drücken. Und jetzt haben wir hier den Debuff drauf. Jetzt können wir, wenn dann, mit der Ionenkanone einmal drauf schießen. Oder wir machen Aufladen und dann Ionenkanone. Oder wir können noch die richtige Ionenkanone machen, falls wir das jetzt so noch haben. Und zack, damit ist er weggeblastet. Falls ihr den Debuff nicht mehr drauf habt, macht ihr Aufladen und dann die Ionenkanone. Dann hat sich das auch. So, jetzt haben wir den Endboss noch. Da laden wir das Team. Und zwar haben wir verfluchter Verhexer. Dann haben wir zwei Random Elementare. Ich habe eines kalter Frostling reingenommen und Geist des Sommers. Ist jetzt wurscht, was wir da haben. Werdet ihr gleich sehen, warum. Wir haben einmal hier die erste Fähigkeit. Hier die zweite Fähigkeit. Hier die erste Fähigkeit. Und jetzt können wir den Fight starten. Und wie gesagt, die anderen zwei Viecher sind nur zum Backupen da. Die brauchen wir eigentlich nicht. Und jetzt haben wir hier eigentlich eine Prio-Liste. Und zwar die Prio-Liste ist Schwäche. Müssen wir mal als erstes draufhauen. Was macht das? Mit Schwäche tut er 50% weniger Schaden vor quasi fahren. Und schlägt hat quasi eine Geschwindigkeit von minus 50%. Halbe Geschwindigkeit, halber Schaden. Dann machen wir Blutabzapfen. Und das macht 1300 Schaden, weil er halt 13.000 live hat. Das ist prozentual. Und deswegen ist das hier sehr, sehr stark. So, jetzt machen wir quasi wieder Schwäche. Wir müssen quasi immer nur so lange überleben, bis wir die Fähigkeit, also Blutabzapfen, wieder drauf machen können. So, als kleiner Zwischeneinschub machen wir Chaosstrahl. Jetzt machen wir wieder Schwäche drauf. Seine Raketen. Und ihr seht, die da hinten kriegen immer ein bisschen Schaden ab. Als nächstes können wir dann wieder das Blutabzapfen machen. Und das ist das Einzige, was eigentlich den Schaden macht. Ihr seht hier, im Endeffekt müssen wir das halt 10 Mal durchdrücken, beziehungsweise sogar noch öfter. Jetzt wieder Schwäche draufhauen. Denn es ist noch ein Roboter. Und er hat ja dann nochmal sein Wiederbelebungsding. Und ja, dementsprechend ist das dann hier eine langwierige Sache. Wieder den Chaosstrahl drauf. Dann können wir quasi als nächstes die Schwäche wieder drücken. Dann machen wir wieder Blutabzapfen. Dann machen wir wieder Schwäche drauf. Wenn ihr das nicht in der Prio-Liste macht, dann verreckt euer Pet. Also ihr müsst ganz wichtig Schwäche, erste Prio, Blutabzapfen, zweite Prio und das nur als Zwischenfähigkeit einsetzen. Sonst verreckt ihr. Und ihr müsst im HC quasi das komplett nochmal machen und das wollt ihr nicht. Also ich hatte das Problem, dass ich es bei der Aufnahme zwischen einmal verkackt habe. Ich bin jetzt hier schon tatsächlich eine Weile dran. Dementsprechend, ja, müssen wir gucken, dass wir das jetzt hier an der Stelle nicht verkacken. Denn wir wollen auch unsere Achievements und unsere Toys haben, die wir am Ende dann bekommen. Hier nochmal Schwäche drauf. Es gibt nämlich insgesamt zwei Achievements. Einmal das Achievement, dass man das hier im HC abschließen muss. Und dann nochmal ein Achievement, dass man insgesamt, ich kann die euch hier zeigen, weil hier passiert tatsächlich nichts mehr groß Interessantes. Hier das Ding abschließen. Gibt es ein Spielzeug. Und dann alle Haustier-Dungeons, die es in dem Add-on gab, quasi einmal abschließen. Und, beziehungsweise insgesamt alle, ich glaube ein paar gab es ja schon in Legion. Dementsprechend gibt es dann noch ein Toy. Und die werden wir uns danach auch gleich einmal angucken, würde ich sagen, sobald wir das jetzt hier gewonnen haben. Beziehungsweise wir werden uns auch nochmal eins der Pets kaufen für die Marken. Denn ich will mir jetzt gerne angucken, ob die handelbar sind, ob man die theoretisch mal Hafer kaufen könnte, um dann auch noch ein bisschen Gold mit zu erwirtschaften. Und, so, ihr seht, er droppt jetzt langsam ein bisschen lower. Ein bisschen Life hat er noch. Da müssen wir jetzt noch einmal Blutabzapfen reinmachen. Jetzt belebt er sich gerade wieder, wie ihr seht. Heißt, mit 10 Mal ist es nicht mehr getan. Wir müssen uns hier sogar 12 Mal draufhauen. Also 12 Mal die komplette Router. Drei Runden geht das. Also 36 Runden müssen wir quasi gegen ihn spielen. Ist aber wahrscheinlich die einzige Kombi, um einen Mob zu töten, der nahezu 13.000, 14.000 Life hat. Das ist für einen Pet-Battle-Gegner tatsächlich sehr, 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 sehr viel. Und ihr seht, die Mobs in der hinteren Reihe haben tatsächlich wenig bis keine Rolle gespielt. Der Vorteil ist halt einfach, wenn man Elementare nimmt, dann verrecken die nicht so schnell, falls man jetzt noch irgendwie einen Finishing-Move mit denen machen müsste. Deswegen haben wir hier zwei Elementare genommen. So, wir sind fertig. Haben die Quest auch einmal durch. Können jetzt quasi auch rausgehen, schauen uns aber noch die Story an. Wollt ihr einen größeren Hammer? Ich hab große Hämmer! Ja, eine höchst unwahrscheinliche Entwicklung. Ja, ganz tolle Berechnungen, Schlauberger. Nutzlos. All die Arbeit, all die Planung, all das Training. Nutzlos. Ich bin beeindruckt. Ich möchte von euch lernen. Endlich sind wir fertig. Ich geh nach Hause. Allran ist ein komischer Typ. Ganz klar bleibt nur eine mögliche Vorgehensweise. Taut! Nein, Suna. Sie haben gewonnen. Wir verloren. Unsere einzige Option. So, die wollen uns offiziell in den Trupp einladen. Machen wir das doch mal. Gezeichnet. Willkommen, Neuling, im Konzil des Chaos. Moment, haben wir beschlossen, uns so zu nennen? Ich habe für Unholde des Unheils gestimmt. Oh, das gefällt mir. Heißt unser neustes Mitglied bei den Unholden des Unheils willkommen. Wir haben obskure Verkleidungen und einen kaputten Roboter. Vielleicht liegt noch anderes Zeug herum. Nehmt, was ihr wollt. So, das war es soweit hier mit dem Pet Battle Dungeon. Jetzt können wir uns einmal rausporten aus dem Dungeon, aus dem Dungeon Poly teleportieren beziehungsweise wir könnten auch komplett rausgehen. Das bleibt sich gleich. Wir geben jetzt einmal hier die Quest ab. Und damit, seht ihr, gibt es die Achievements beziehungsweise es gibt auch die Toys. Und jetzt können wir uns die auch nochmal angucken. Wir haben einmal, kriegen wir die per Post, oder? Ne, wollen wir gleich mal gucken. Wir haben einmal hier das Abzeichen bekommen. Und mittels diesem Abzeichen können wir jetzt uns die Pets, die ich euch vorhin gezeigt habe, kaufen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir können uns hier eh bloß das eine kaufen für ein Abzeichen. Das machen wir mal, lernen das an der Stelle auch und gucken mal, ob wir das in einen Käfig packen können. Zack, gehen wir mal aus Rematch raus, dann sehe ich so ein bisschen besser, wo das Pet ist. Nein, das hier ist es. New steht drin. Favoriten ausblenden kann man es. Also, wir können dieses Pet zumindest nicht im Auktionshaus verkaufen. Und ich schätze mal damit die anderen beiden auch nicht. Dementsprechend muss man das tatsächlich selber machen. Genau, jetzt gucken wir noch nach den Belohnungen, die wir hier über die Achievements bekommen haben. Und zwar gab es jetzt 15 Achievement-Punkte. 5 für das, abzuschließen im heroischen Modus. Und dann nochmal 10 für das Meta-Achievement. Und das sind tatsächlich alle Achievements, die man im Pet Battle neu hat. Und was bekommen wir? Spielzeug-Belohnung, schattenhafte Verkleidung. Und dann noch eine zweite hier für das Meta-Achievement. Und zwar auch Spielzeug-Belohnung für Wörter, Verwandlungsverschmelzer. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die haben. Vielleicht kriegen wir die auch direkt schon in die Toybox rein. Schauen wir mal. Verwürter, Verstandsverschmelzer. Benutzt ihr halt 30 Sekunden lang die Kontrolle über euer Haustier? Okay, das klingt schon mal ganz cool. Ich glaube, dafür muss ich wahrscheinlich ein Haustier rausnehmen. Dann wählen wir mal eins aus. Ich will aber den XT. Den finde ich nämlich cool. Den wählen wir mal aus. Mal schauen, ob ich damit dann auch die Kontrolle über den erlang... Halt, das war das Falsche. Ziehen wir das einfach mal hier raus. Nice. Ich kann dann wirklich mit dem Haustier rumlaufen. Kann ich damit auch angreifen? Für den Käfer angreifen. Wahrscheinlich kann ich damit andere Haustiere angreifen, schätze ich mal. Oder ich kann einfach gar nichts angreifen. Ich kann einfach mit dem rumlaufen. Was ganz gut ist, weil man Sachen ausspionieren kann. Jetzt sind hier leider keine Mobs aktiv. Und ich kann jetzt nicht gucken, ob man damit pullen würde mit dem XT. Ich kann den sogar selber gar nicht anklicken. Okay. Das ist auf jeden Fall ein nettes Toy. Hat zwei Minuten Abklingzeit. Und das war wie gesagt hier für das Meta-Eachievement, wo man alle Dungeons abschließen muss. Und jetzt schauen wir uns nochmal die schattenhafte Verkleidung an. Verkleidung. Hier steht auch neu dran. Verkleidet euch 15 Sekunden langer schattenhafte Gestalt. Fünf Minuten Abklingzeit. Ah, cool. Da wird man so schwarz und sieht quasi nur die Umrisse. Das ist echt ganz nice, muss ich sagen. Also ich muss sagen, die beiden Toys sind... Klar, die haben jetzt keinen aktiven Nutzen. Aber wir sind halt mal einigermaßen coole Toys und nicht komplett useless. Okay. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Das war es soweit dann mit dem Video rund ums Pet Battle Dungeon zu Patch 8.3. Ich kann euch sonst nicht mehr hier mehr zeigen. Wie gesagt, die anderen Mobs, die ihr hier für Stage 3 und 5 braucht, könnt ihr hier auf der Seite www.petguides.com euch nachlesen. Das werde ich euch nochmal verlinken und dann einfach hier unten schauen, was ihr in welcher Runde machen müsst, beziehungsweise oben werden ganz schön die Pets angezeigt. Gut, das war es mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.